Der 9011 Bolzplatz. Der Fantalk am Abend. Ja, da sind sie, die Young Boys. Aber für die ist doch der Zug schon längst abgefahren. So, jetzt aber, wir sind ja hier in Bern und in Bern ist das Wetter richtig beschissen. Nicht so schön muggelig warm wie in Deutschland, sondern hier in Bern ist arschkalt. Stuttgart braucht aber trotzdem nur noch einen einzigen Punkt und die Ausgangssituation ist echt glänzend. Tom Hillgeist ist deswegen auch nach Bern gefahren. Der sitzt da hinter mir schon in der großen Schüssel im Stadion und wird dann live von diesem Spiel natürlich berichten. Jetzt aber erstmal schnell weiter nach Norwegen, denn dort spielt ja heute Bayer Leverkusen. Man sieht es, Norwegen. Rosenburg-Trontheim gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen muss gewinnen, dann sind sie durch und Borussia Dortmund muss auch gewinnen und damit rüber in den Westen ins Westfalenstadion. Schönen Gruß nach Norwegen. Wir sind jetzt hier natürlich mitten im Westfalenstadion. Ja, man sieht es ja, die Südtribüne ist noch nicht ganz gefüllt. Einzig die Loge da oben. Da hat sich der Lars Ricken schon gemütlich gemacht. Aber klar, der will natürlich heute auch das Spiel gegen Kapati Liv sehen. Wer nicht. Sie müssen allerdings jetzt erstmal da noch ihre Hausaufgaben machen. Sind ja noch ein paar Plätze frei. Aber komm, komm doch mal her. Da ist doch. So im Wetter ist es wichtig, vorher aufwärmen. BVB, Olle! BVB, Olle! BVB, Olle! Vollspatz – Der Fans Talk am Abend, nur bei 90M. Dein Fußballradio.